Montediss TJ Manchmal ein bisschen schade, man kann selber nicht mehr so viel angucken, aber ich habe schon überlegt mir eine Maske zu holen, vielleicht mal gucken. Ja, das hat er ja gemacht vor ein paar Jahren. Ja, das hat er früher gemacht, ja, ja. All right. Das Problem war, ich habe Fotos mit der Maske gemacht und dann, ja. Ich glaube, Tim Jacken hat das auch gemacht, ganz erfolgreich. Ich sage jetzt nicht, was er anhat für eine Maske, aber der läuft hier glaube ich auch so. Wer ist das? Äh, äh, YouTuber. Tim. Tim Jacken? Ja, Tim Jacken. Glaubt, äh, äh, weiß ich nicht. Aber, äh, man muss ja auch mal... TJ Who? Also ich habe es jetzt null als Diss aufgenommen, muss ich actually sagen. Weil wir haben ja schon voll viel auf... Okay, was heißt voll viel? Aber wir haben ja schon geschrieben und alles mögliche und waren uns halt bei der Thematik uneinig. Und dann haben wir halt irgendwann nicht mehr weitergeschrieben. Und... Jetzt so... Äh, ich kenne diesen H*** so nicht. Ist doch lustig, Chad. Mann, ey, man muss doch mal Dinge mit Humor aufnehmen hier. Das ist mir generell aufgefallen, wir sind alle so humorphbeschränkt, das ist doch lustig einfach. Ist doch einfach ein Gag und ein paar Leute, boah, oh mein Gott, er hat mich jetzt gedisst. So, nee, ist doch einfach lustig.